Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge DL1 2 und ja im letzten Part waren wir glaube ich dann hier draußen oder so Jetzt bin ich gerade, also da habe ich das Spiel nochmal geladen neu und jetzt bin ich hier drin gespawnt Und ja So und das noch zum Mitnehmen Weil ich habe eigentlich gesagt, dass wir uns dann in der nächsten Folge jetzt den Weg hier reinsuchen werden Aber jetzt bin ich wie gesagt hier drin gespawnt, also Kann man natürlich hier reingehen, aber Zum Mitnehmen ist ja glaube ich eh nichts mehr oder? Da ist nochmal eine Kühlbox Schaut im Treibhaus Gehen wir da noch nach, aber da ist glaube ich eh nichts ok Dann gehen wir da wieder ins Haus rein Ah warte mal, der Typ ist jetzt auch hier Ok Ok wir müssen wohin, hier einfach nach hinten oder? Achso rauf müssen wir Ah Händler, gell? Hat er irgendwas? Na ich habe zu wenig Geld oder? Warte mal, verkaufen Äh Warte mal, hier sowas Na eine Machete Ich glaube die zwei sagen könnte eigentlich weg Warte mal hier das Stärke 104 Vom Schaden ist eigentlich auch nicht so gut Ja der Dolch hier auch nicht eigentlich Das mal weg Man muss ja nicht wirklich alles aufheben, weil wir haben eigentlich hier genug Waffen gerade Ich würde sagen den Dolch verkauf ich auch mal Den Baseballschläger könnte ich holen Und ich würde sagen das machen wir auch mal Ich hätte einen Baseballschläger haben wir noch gar nicht gehabt Okay, warte mal Medikit Ich habe gerade ein Stück davon, dann hole ich da auch noch zwei oder so Ah, eine Werkbank, gell? Da kann ich dann mein Zeug direkt wieder reparieren Warte mal Warte, wie Upgrades eigentlich Warum kannst du sie nicht reparieren? Okay, herstellen wir nicht was Hast du Medikit, das könnte ich hier erstellen Okay, das ist irgendwie komisch, egal Warte, da liegt doch was Da liegt noch ein Bauplan Okay Geh mal mit Okay, da müssen wir rauf Gehen wir erstmal da hin Weil da wird auch noch irgendwas angezeigt Warte mal da hinten, was ist denn da? Okay, warte Scheiße, das ist schon ein bisschen später Geh mal wieder zu Also geht gar nicht Go away We're gold I'm in contact with CDC Are they coming to rescue us? No, but there's a quack in Santa Monica We have to pack light We? What's this we? Get this Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins Really? The world needs a savior I'm it And you're hitching a ride on white coattails, etc, etc Well, sounds like you're the star of the show now Break a leg Look, I'm high on adrenaline, hope and a smidge of pant blasting terror But we can get out of here, all of us, together There's no way you'll get Sam to go He's made that very clear Yeah, I can't But you can A dash of jaunty whatnot, right? I'm not a total egomaniac I don't know why you think Sam would risk everything for me Oh, come on, he's hooked line and plonker He had his chance Don't make me beg like him I'm trying to save you This is too big I'm not doing anything until I talk to Michael I'm surprised he hasn't stuck his nose in already Right, I'll drop up the committee But remember, I'm not begging Okay, Level 8 sind wir Das ist hier Okay, Starbuck ist abgeschlossen Okay, überzeuge Michael davon, dir zu helfen Okay Oder warte mal, das könnte ja von mir sein Habe ich irgendwo einen Wegpunkt gesetzt oder so? Ah, Wegpunkt löschen Ah, das war von mir, okay So, wo ist denn der jetzt? Ah, da noch was drin durchsuchen Elektronik-Teile Draht Und das war's Okay, dann schauen wir mal runter, oder? Vielleicht ist der da irgendwo Geht da hin Wo ist denn der jetzt? Okay, sehe sie schon mal nicht Da kommen wir eh nicht rein Schauen wir mal hier nach hinten Achso, da geht's wieder hier rauf Wo ist denn der jetzt? Da haben wir schon geschaut Vielleicht da oben irgendwo Warte mal, hier waren wir doch drin Okay, haben wir wieder was zu mitnehmen Notiz Kann ich mal kurz aufmachen? Ah, da war's scheiße Jetzt kann ich ihn mal aufmachen Äh, normal eins hier Und Koffer Da war ein bisschen Geld drin Frank, ich glaube, wir haben ja alles Aber ich hab mir noch keine Ahnung, wo wir dann finden So, und warte hier Dann geht das auch nicht Warte, was ist doch die von dieser Nebenmission, oder? Ich hab schon Okay, hier waren wir schon Aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir schon überall waren Wo soll denn der sein, bitte? Warte mal, kann ich da irgendwo raus, oder so? Ja, ich glaub nicht Warte, schau mal hier nach Ja, aber wir sollen wieder reingehen, also Da muss irgendwo hier drinnen sein Aber wo? Festigungsmaterial Was liegt da auch noch? Da ging ein Trailer Ah, was war hier wohl noch nicht? Stimmt, hier geht's auch noch rauf Michael's room Hey, Mikey Chill I hope you were happy You devil Me? Devil? Oh, that girl And after everything he's done for No, no, that's it It's time we had a talk Whoa, slow down Oh, you're wound tight Where's Michael? Gone Out there Nah Really? What did you expect? He was a supporting lead Denise Joe And Sam And suddenly Poof He's written out Where's he gone? Get off me Somewhere I don't know To get her to notice him again Is there anybody in this nut house Not beholden to that self-centered Hey You don't get to talk about her Okay? You know nothing about Emma Does anybody? Okay, look We need to find Michael Why'd you care? Cause there's no me In team We need him We need everyone We need everyone I wonder if he would He took his keys To his place in the hills Great The full tour God moves in some Really fucking mysterious ways sometimes Pardon my Dios Oh, Mikey, Mikey Dammit Be back before you know I'm gone With Michael And I will pray For Michael Jolly good Okay, nach Beverly Hills Warte mal Wo komme ich? Erstmal wieder zurück Und dann hier raus Ja, aber nicht jetzt Okay Ich muss mich finden Kein Problem Kein Problem Ich werde es fixen Das ist was ich mache Okay Warte, ich hoffe, dass die Map wurde so Okay Da müssen wir hin Okay Sollen wir zur Straße Da folgen Und dann sollten wir da sein Lockkick Okay, beide tot Alles mal liegen da Aber warte, wir haben doch Diesen Baseputschläger geholt Da ist er eh Ah, warte mal Ich müsste mal zurück Damit ich den Verbessern kann halt Oder upgraden Oder naja Machen wir dann später irgendwann Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Werkbank Da hat man den Warfuss gepoatscht Äh, dann nehme ich mal Dann mal die Machete vielleicht wieder Warte mal 158 Ja, dann die Machete wieder Hör tot Ah, Autoschlüsse Steril Okay Und hier Finde wir Boah Da kommen die Wom alle her Da liegt eh nix mehr Oh, Alter Explodiere Scheiße Boah Ist ja so ein großer Oh, Scheiße Alter Lockkick Boah Aber der hat schon Ein bisschen Charme bekommen Okay, das ist gut Ah, seh ich tot Boah Alter, was ist denn das für einer? Äh, warte mal Hab ich irgendwelche Wurfwaffen oder sowas? Ah, ich glaube eigentlich nicht Rucksack Wurfgeschosse Fleischköder Also hier Wurfsterne Chemiebombe Okay, ich heil mich mal lieber Das ist gut Bis nach zweiter Große Wurste Aber den einen Haben wir fast Der ist tot Und Ah hey, der ist auch nicht so bloß Ist auch beide tot Dem halte ich mit Boah, Alter mein archite ist wieder bald kaputt ich denke war das jetzt mal alle oder kommt da wieder irgendwer achte mal hier ok da brauchen wir eine sicherung medikits schädel angetreten in der max nehme ich aber nur mit ach so mein inventar ist wieder voll energy drink polizei knüppel wäre sogar ganz gut aber muss dann irgendwas fallen lassen dann kommt das weg recyceln jetzt haben wir ein bisschen Platz im inventar jetzt kommen wir durch ok schnelle reise ziel hat beverly hills und und es ist wieder tag schwere kiste was ist da drin auf jeden fall viel geld ja warte mal war da nicht irgendwas stahlrohr nehme ich mal mit und einfach könnte ich hier zerlegen oder so treibgas stoff ok warte mal hier ist zu ok könnte ich so von der anderen Seite aufmachen unten und wir müssen da nach hinten hier wir gehen 走 aus dem michael boah alter was war denn das jetzt Boah, war es? Irgendwer war hinter mir, glaube ich, ein Zombie. War es irgendwie so ein Starker oder so? Ah, hier. Boah, wirklich so ein Starker. Ey, da bin ich irgendwie... Boah, was soll ich denn da machen? Bin ich mit zwei Schlägen oder so tot? Ah, hat dich ja wie so eine Wurve ausgerüstet. Na wie? Boah, Alter, bin ich schon wieder tot. Achso, ich muss extra so werfen dann. Ah, scheiße, Mann. Wo ist die jetzt? Wie geht das auch schon wieder kaputt? Okay, aber die ist jetzt, glaube ich, nicht da, oder? Na, die Waffe ist auch wieder kaputt. Da nehme ich mal... ...der ist, äh, ein Brecheisen hier. Nicht, dass es irgendwer hinter mir ist. So, tot. Okay, dann schauen wir mal, ob der da ist. Okay, Mentor ist ja auch so wohl. Innen mit. Okay, Blutspritze. Michael, all this blood. But whose? Soundtricks. Designed final OSTs. You classy fella, Mikey. No medikids. Messerblock. Knives all gone. Abgetrennte Arm. Michael was under siege. Ja, okay, ich glaube, wir haben hier alles durchsucht. Oder habe ich irgendwas übersehen? Na, da sehe ich nichts mehr. Okay, aber, ja gut. Und dann muss ich sagen, das ist jetzt erstmal mit der Folge. Ich hoffe es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020